Wenn ich etwas gelernt habe, dann lasst Menschen, die nur selten zeigen, wer sie wirklich sind. Hinter jeder Tür, in jedem Haus könnte das Unfassbare geschehen, ohne dass du es merkst. Du denkst ein paar Glücksbärchen sind Kapuzenpullis, besiegen das Empfehlung? Sie sind Aliens und sie sind hochintelligent. Galaktisch, die perfekte Frau. Ein Serienmörder läuft frei rum. Was könnte es Spannenderes geben? Heilt ihr es nicht? Mackie ist der Cape May-Schlechter. Kannste knicken, Mackie ist bei der Polente. Das ist ja das geniale Dacher. Hinter der perfekten Vorstadtfassade passiert die krankeste Scheiße.